Hey, das ist mein Auto! Charles Bronson ist Jack Murphy. Scheiße! Er ist Polizist. Bleibt's gehen! Keine Hektikwestentaschen, Co-Jack! Haut ab, oder ich erschieße Sie! Seit Jahren macht er seine eigenen Gesetze. So geht das nicht, Jack. Und jetzt bringen Sie Ihren Fall zu Ende. Jetzt hat man ihm einen Mord angehängt. Du bist verhaftet, du blöder Klugscheißer! Und er hat alle gegen sich. Es gibt ein Dutzend Zeugen. Die Ballistiker haben deine Waffe als Mord identifiziert. Auch die Unterwelt will seinen Kopf haben. Gib dir zehn Riesen, du gehst rein und legst ihn um. Verstanden? Murphy's Law. Der neue Bronson. Jetzt sind wir ja Kollegen, Kumpel. Jack Murphy hat durchgedreht. Er hat eine Kanone und eine Geisel. Er ist Polizist, sie ist eine Diebin. Scheiße! Aber jetzt müssen sie beide um ihr Leben rennen. Wann bist du denn das letzte Mal so ein Ding geflogen? 1964. Ich glaube, ich kriege einen Brechreiz. Murphy's Law. Jemand will mir drei Morde anhängen. Murphy? Jetzt hier! Nein! Murphy rechnet ab und klärt den Fall auf seine Weise. Du weißt doch, was ich dir gesagt habe. Charles Bronson. Mit Jack Murphy ist nicht zu spaßen. Murphy's Law. Bronson ist wieder unterwegs.